hallo und herzlich willkommen heute bin ich wieder auf die jahr nach dem ticket und heute probiere ich das spiel marvel future fight da muss man kurz installieren als würde ich mal sagen bis gleich so einmal ganz schnell installiert und so ich hoffe ich muss meinen eigenen charakter baut nochmal herunterladen ja iron man spider-man captain america so black panther und ist das hier nicht anscheinend oder ant man scheint man ant man black bolt ok okay 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 Okay. Hmm. Wie bin ich jetzt gestorben? Ahem Mein Team Okay Captain Amount ist gefunden Ich kann immer mit drei Leuten spielen, so wie es aussieht. Mein Codenamen ist Red Bar. Nein, ich probiere erst mal meinen Namen, mein Red Dog. Okay, Red Dog geht nicht. Red Bar. Missionen starten. Go, 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 go. Ich glaube, später kann ich Crude spielen. Okay. 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 Er ist Lila. Der Boss. Und da hilft irgendwie nichts dagegen. Ach, er ist rot. Äh, ne, blau. Okay. 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 So wie. Ich habe neun von zehn. Hm. Dann fehlt er. Ich kann das auch später als Automatik-Kampf machen. Hm, 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 hm. Erste Woche kriege ich jeden Tag das auch, ich bin schon fertig. Woche eins, Woche zwei, hier gibt's den Holt, 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 Holt. Ach, das X-Holt, Holt, 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 Holt. nur das. Na gut, dann würde ich sagen, morgen kommt das bestimmt wieder, dann werden wir morgen mehr sehen. Ich werde das jetzt gleich nochmal ein kleines bisschen spielen und ja, dann mal gucken. Also einmal Escape. Oh, okay, so komme ich auch daraus. Gut, hier ist einmal Punkt gratis. Kaufen, okay. Meine Energie ist voll. Dann haben wir hier Posteingang. Holen. Was für ein Superheld ist das? Geschenk? Holen, holen. Das sieht aus wie vom Final Fantasy. Swordmaster. Dr. Udo. Hydro-Man. Volton-Man. Korat. Mein Erf. Es. Roman Torch. Morgan Le Fay. Iron Hammer. Korat. Korat. Den kenne ich auch nicht. Sieht eklig aus mit der Hand. Odyssef. Klaus. Shure. Was ist die von? Black Panther. American. Shafis. Hm. Oh. Ein Comic ist er böse. Skurge. Titania. Was ist der wieder? Jetzt kommen hier die Bösen. Rino. Oh. Cool. Also hier gibt es schon einige Helden. Die sagt mir überhaupt nichts. Moon Girl. Medusa. Hawkeye. Tempo. Moral. Cool. Fozde. Fall drauf. Ulig. Hellstorm. Anziehend. On. Jo, schnell mal so. Heikling. Wieviel gibt's denn noch? Meine Güte. Captain America. Thor. Thor. Als Frau. Miss Marvel. Hulk. Helene, Märopel. Näropel Kugel. WievolAST. WievolAST. Der Välzchen. Dämmp. Dämmp. Also wenn sie gleich hier Crude haben, dann werde ich Crude nehmen. Da ist Giant Man und Ant Man. Ist das gleiche. Naja. Oh, Elektra, kude. Ich glaube, es ist gleich noch da. Deadpool, Star-Lord, Iron Fist, Luke Cage, yeah. Punisher sieht aber anders aus. Naja. Wir sind... Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Hab noch mit meiner Frau letztens diskutiert. Über Marvel. Und hab ich vergessen, wie er hieß. Roter Hulk. Brự! Da ist Scrooge. Camorra. Das alte Krug, gibt es auch den Jungen? War ich hier nicht schonmal? Ah, die kann ich nicht wählen. Die kenne ich auch gar nicht. Silbersurfer doch. Wave auch. Jaggernaut habe ich jetzt gesehen bei Deadpool 2. Aber die kann ich nicht nehmen. Aber hier gibt es noch viele mehr. Ich würde jetzt den Krug nehmen, auswählen. Okay. Die können wir noch einnehmen. Ei, ei, ei. Ach, nur für ein paar hier jetzt. Ich glaube, ich nehme Vision, weil ich seine Namen immer wieder vergesse. Ja. Der Delfel mag ich auch. The Ghost Rider. Hm. Blade. Und. The Day Orca. Jo. Falcon. Ah, lalalalalala. Hat hier jetzt auch nur einen Stern. Der Ghost Rider. Der hat nur 1,5%. Ja, ich bin Millionär. Hier fehlt so ein Button, wo draufsteht, alle Hinweise nehmen. Oh, und noch ein Held. Erster Tag gespielt und schon. Erster Tag gespielt und schon. Drei neue Hellen. Das ist doch schön. Gehen, gehen, holen. Ich denke mal, wenn ich gehen drücke, dann bin ich sofort im nächsten Kampf. Oh, das wird auch schon lang jetzt. Oh, das Video ist lang. Das Video ist lang. Nein, ich will nicht startrücken. Eine Allianz. Neue Allianz. Die Dschammaiden. Tak. Die. 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 Die, die. Sie. Schämen. Gemeinsame Sprache So darf kein Freizeichen sein. Das ist doch wieder so was von ärgerlich Ich hoffe das geht What So Dann mal was Ba Tak Di Ba tak di German Meine Güte, meine Güte Das sieht aber scheiße aus So, da haben wir jetzt auch schon mal eine Allianz Shop Ok, alles klar Arena, alles klar Verbündete Ba tak Alles klar Ok Da haben wir jetzt Das Fertig Und hier, Rangliste, haben wir Ich bin umgewertet, das ist gut Ja Gut Das war's denn Sieht auch cool aus So, danke fürs Zuschauen, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss